Also Basel ist für mich einfach der beste Ort zum Leben. Es gibt dermassen viele Möglichkeiten auf kleinem Raum. Und wenn man mal noch etwas mehr entdecken will, ist man mit einem Katzensprung Frankreich-Deutschland in den Nachbarkantonen. Es bietet einfach so viel. An Basel speziell ist wirklich die Offenheit, die man bei den Menschen spürt. Ich glaube, das kommt daher, dass wir auch ganz wichtige Verkehrsknotenpunkte sind. Mit den Bahnhöfen mit den beiden, mit dem Flughafen, mit dem Rhein als Schifffahrtsachsen. Das macht sicher viel aus. Also Basel ohne Kultur wäre nicht Basel. Man sieht es jetzt gerade an diesem Platz hinter mir. Die Kultur macht Basel aus. Das Münster sieht man. Der Münsterplatz war der Ort der ersten kulturellen Veranstaltungen, Hauskonzerte usw. Also Basel ohne Kultur, unvorstellbar.